Viel Spaß. Morphling bin ich. Oh, was macht der nochmal? Das ist für ein bisschen hektisch umherlaufen. Jetzt muss jemanden samplen. Okay. Okay. Gerade klingeln. Oh, vielleicht ein Letz vibrieren. Und samplen. Uff. Das ging schnell. Ein bisschen zu schnell. Das ging zu schnell. Was ist los? Ja, beim Vampire bist oder was? Er hat noch sein Knoblauch gelegt und dann ist er umgefallen. Wenigstens. Das hat er gesagt. Im wenigstens doch das Knoblauch wegschmeißen. Ich bin gebiss, dass es noch Knoblauch ist. Ja, genau. Ich kann ihn nicht mehr gebrauchen. Nimm du ihn. Sehr schön. Aber wo liegt er denn? In einem Lab bei den Stäbchen. Okay. Okay. Warte mal. Da sind gerade... Tia und Peli sind mir dort entgegengekommen. Also ich habe gerade Liz und Zwergi bei... Und Andi halt. Mit Reds. Mit Reds war ich dort. Und Andi sind mir in Reds entgegengekommen. Mit Liz. Wieso war Liz denn dort okay? Den habe ich gar nicht gesehen. Nein. Also ich war in Rocket. Ich weiß nicht, ob irgendjemand anders ist, aber Phil ist weiter reingelaufen. Ich war mit Rocket mit dir. Du warst mit mir in Rocket. Ja. Das kann gut sein. Ich glaube, als ich weggelaufen bin, habe ich irgendjemanden gesehen. Rocket ist doch direkt neben dem... Ja, Phil ist direkt reingelaufen. Direkt neben Lab, ja. Ja, ist auch klar. Ja, dein Mannequin habe ich gesehen. Dein Haustier. Ja. Deswegen sage ich halt, da war ich definitiv auch noch davor. Weil jetzt... Wer auch andere gerade in Kamera aber gesagt hat, hat mich gesehen an Electrical. Das ist richtig. Aber ich war tatsächlich vor Rocket. Ich war nicht in der Kamera. Ich bin an der Electrical rausgekommen, dann kamst du rein. Also... In der Electrical. Achso, ja. Dass ich das nicht gefixt habe. Ja, aber es war jemand an keinem... Achso. Wer ist mir da gerade eigentlich aus dem Lab entgegengekommen? Ich äh... Ich war jetzt auch unten im Gang. Also wie gesagt, im Lab sind mir entgegengekommen Tia, Trilli und Andi. Wo ich raus bin. Okay. Ich war auch da. Das heißt jetzt... Ich glaube tatsächlich, dass es Biss war. Ja, muss. Glaube ich auch. Sollte. Ich meine, wenn du sagst, er ist einfach umgefallen, hat sein Knolloch noch hinfallen lassen, aber... Also die einzigen... Also Red würde ich erstmal rausnehmen, weil der ist mir aus... Electrical entgegengekommen. Das heißt, ich glaube nicht, dass der... Ich hab auch das... Der ist, glaube ich, gleich losgeschossen. Ich weiß, auf Eifel, dass... Wer war es? Phil und Thoram sind, glaube ich, nach rechts gelaufen. Gernlabs. Richtig. Genau. Ich bin nur bei einer Rocket mit dir gewesen. Jetzt bin ich an Office. Also über Office. Wer war denn zum Schluss noch in... Stimmt. Phil war mit mir erst danach an der Rocket. Das ist richtig. Okay. Das ist so ein Skip. Und weiter geht die Reise. Das muss ich mal mit neuen Samplen. Wenn ich jetzt... Als Red verkleidet was mache... Das wäre ziemlich blöd. Und noch eine zweite Knolle hingelegt. Schön voll gestunken hier. Ich kann jetzt in 12 Sekunden samplen. Das ist doch hier. So, wenn ich jetzt jemanden kenne, dann kann ich mich verstecken. Kann ich mich... Ach, schon wieder muss ich nicht genutzt. Und genützte Fähigkeiten. Hast du auch gesehen, oder? Ich wollte in Admin-Panel gehen gerade. Wo er liegt. Ich war im Lifeline gerade. Okay. Also ich bin gerade aus dem oberen Dekon in den Lab reingegangen. Aus dem oberen Dekon kam mir der Phil entgegen. Ich laufe aus der Tür vom Badezimmer nach oben. Und dann liegt links gleich direkt an diesem Tisch an der Unterseite der Thoram. Und der Trilli ist oben am Tisch gerade nach rechts vorbeigelaufen an mir. Aber nicht vorbeigelaufen, sondern rumgelaufen. Das heißt, ich weiß nicht, was du jetzt gerade da gemacht hast. Also ich habe da gerade meine komischen Däulchen gemacht. Bin dann um den Tisch ran. Das ist ja vor mir umgekippt. Also das muss definitiv ein Vampire-Kill gewesen sein. Okay. Und dann bin ich halt um den Tisch drum herum, um zu gucken, ob da noch irgendwo einer ist. Vampire sind stark in dieser Runde. Genau. Immer schön Knoblauch nehmen. Also Phil ist jetzt tatsächlich das zweite Mal in der Nähe vom Kill gewesen. Und das nur mal für das Protokoll. Das muss nichts heißen. Ja. Aber auf alle Fälle war das jetzt der Fall. Ähm. Keine Ahnung. Trilli, du sagst, du hast den umfallen sehen? Ja, der ist umgefallen. Okay. Das heißt, du hast keinen in der Nähe gesehen, meinst du? Immer schön mit Knoblauch bei einem Löse. Okay. Habt ihr sonst noch jemanden da oben bei euch im Lab gehabt? Red war da oben noch mit. Ja, ganz kurz. Habt ihr zwei Aufgaben gemacht und dann bin ich links rausgegangen mit Zwergi zusammen. Ja, ich hab da oben Aufgaben gemacht oben. Dieses Wetter einstellen, Dings. Red, Zwergi, Trilli und Phil waren alle in Lab. Einer war in Camps, weil ich hab das in Lifeline gesehen, dass jemand in Camps war. Also dann, wo ich da reingegangen bin. Jawoll. Und dann hab ich gesehen, dass Thoram gestorben ist und dann wollte ich eigentlich beim rausgehen bei Lifeline, dachte ich scheiße, Penne gucken, wo Thoram liegen könnte. Aber wie alt ist Thoram-Skill dann? Ein, zwei Sekunden. Das ist nicht lang. Also das, was Trill-A sagt, ist schon wahr. Okay, Sasa, aber du wolltest noch was fragen? Ja, ähm. Hast du ein Specimen keine Aufgaben gehabt? Äh, doch. Ich hab nur die, ähm, äh, diese Dinger einsortieren gehabt. Okay, ich wär für den Skip. Ja, ich Skip auch. Aber, das ist schon mal spannend. Dann kann ich weiter morfen. Vielleicht hoffe ich's diesmal. Jetzt kopieren. Ach, die Wortezeit ist viel zu lang. Machen wir mal Lärm. Ein Wurf mal verfolgen, den könnte ich dann zämpeln, wenn er stehen bleibt. Oder auch nicht. Ich mach jetzt mal ein Prank. Da kommt jemand. Ähm, danke. Übrigens. Ja, ähm, äh, vielen, vielen Dank. Ähm, ich hab das jetzt dank dem Schild, das es mir der Medic gegeben hat, von dem ich nicht wusste, dass er da ist, hab ich gerade den Killversuch vom Red überlebt. Ähm, sehr nett. Es kommt auch hin, wenn Sasa jetzt tot ist, die war hier gerade hier unten mit mir und Red. Das heißt, es kommt zeitlich hin. Ja. Weil, ähm, Red ist gerade zu mir an die Water Wheels gelaufen, dann hat mein Bildschirm zweimal schön geblinkt und dann bin ich seitdem einfach nur noch geradeaus losgespurtet. Und, äh, bin zum, wie heißt das, Button gerannt. Das heißt, äh, vielen Dank an den Medic. Finde ich, finde ich, äh, gute Arbeit. Okay. Könnt ja jeder kommen. Ja. Sorry, Red. Ich hoffe, Sasa war medik. So, warte geht's. Ich hoffe mal als nächstes. Puh, jetzt bin ich der einzige überlebende Imposter. Ich muss da mal gucken, was ich mache. Ich stelle mich in Camps. Mal für den ersten, der reinkommt. Sample-Zeit abwarten. Ich sagte, Sample-Zeit abwarten. Was macht mich doch, Sasa. Das ist niemand. Mach mal Licht an, mach mal Licht aus. Das müssten hier wieder Leute sein. das ist nur für jemanden das wird das noch hinkriege einfach hier live lines 76 verdammt das wird das doch entgegen verdammt das muss aufgeflogen sein das war eine sample aber ok ich habe wolfmann gefunden direkt unter office aber ich habe keinen in der nähe gesehen ok wann ist uns der gute trilly begegnet war schon so gut 10 10 15 sekunden oder genau ja glaube ich genau aber mit uns herumgelaufen genau zumindest hinterher gerannt aber ich weiß nicht ob du noch schnell kurz noch ein kill gemacht das bevor du zu uns aufgeschlossen hast also listen nämlich auf jeden fall zu 100 prozent raus weil dem kann ich schon seit runden beginn hinterher ja genau erst habe ich gedacht ich habe gedacht oh mein gott ich sterbe jeden moment oh mein gott ich sterbe jeden moment aber es ist nicht passiert deswegen bin ich mit den aufgaben auch schon durch du machst jetzt deine also ich bin gerade noch das heißt genau zwergi wo bist du ich bin gerade oben noch im lab ich bin macht auch tatsächlich mal schon mal wieder die runde war ziemlich lang bin mal wieder oben was machst du als aufgaben hier das heißt dass das mit dem was mit den reagenzgläsern sage ich dann mal wieder ok aber das dauert ja nicht lang ja deshalb bin ich da auch gerade draußen auf dem weg raus also ich habe es gerade gemacht oder ich bin im moment also im menschen auf weg raus auf dem weg raus ich will aber jetzt gleich die letzte sekunde gesehen da hatte reportet ja genau also aus meiner perspektive bleibt wirklich noch zwerge oder du übrig film muss es zwerge sein ja außer weil ich engineer bin und ich habe ich bin auch engineer das kann jetzt jeder sagen ich bin auch in die ist eine wirklich gute sache das finde ich schön das finde ich sehr gut ich bin gerade ich bin gerade um in labs also es ist wenn das im büro gemacht wurde das ist genau wir sind zu fünft eine post ist raus wir haben auf alle fälle die ruhe her müssen jetzt nicht mich zwei herausworten lebt immer noch salty von vor allem der wolf finde ich nicht schlecht warum nicht wenn der eisige wolf jetzt warmigen wolf das beschlossene sache übrigens weiter sagen interessant wo ist noch nicht ich muss jetzt nur ich muss mich mal ein es ist das war jemanden rufen dass man hier fehler hat sehr verdächtig die muss ich mal dann muss jetzt mal so ab zu spessern dann muss man wieder jemanden samplen genau paket leisten den office es wäre kommt 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 mit mir aus ich habe noch zum schluss als morfling noch mal den list gesammelt da würde ich noch mal müssen gehen jetzt hier das ist dann mal zum wissen was dann war die an den medik medik player of the game wer war der medik ich wollte listen indem ich mir die ganze herlauf irgendwie beibringen dass ich ihm das schild gegeben habe ich habe so begriffen aber dem moment plötzlich bei mir blinks rot denken so liegt das an meinem timeshield das ich gemacht habe das habe ich doch vorhin gemacht wie funktioniert das überhaupt und dann so ein ist der trillier mit euch trillier mit euch in einem büro lang gelaufen ist das war tatsächlich ich jetzt habe ich mich fortlockt an meinen eigenen spucke das ist dann schlimm und kurz danach bin ich dann tatsächlich hinterher gelaufen oder wie oder wann keine ahnung weiß ich nicht also du bist du bist uns ist andersrum rewind time auf drei und time master schild auf fünf es ist dann